jo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play force wir zocken weiter gta online mit dem panos leider leider ist uns kleines fehl hier vorgefallen ich habe anstatt das spiel mich selber aufgenommen und deswegen habt ihr jetzt nicht gesehen wie ich aus dem auto ausgestiegen bin um die mission abzutreten aber ist nicht viel passiert von daher und kommt ne achtung spieler sitzung wird gestartet sind die zwei weil ich nicht die da einfach so gedrückt die sind aber nicht auf unser server du hast du spielersuche aufgeschlossen macht also ich bin noch neu hier ich weiß nicht wie das ganze funktioniert ich kenne nicht dass hier zwei unten lappen ja spieler spänt der direkt an ihr in meiner geilen karriere kommen die lassen wir mit einsteigen geht ja gar nicht zwei sitze das ist nur zwei sitze wo auch wenn er mich hier auf meine reifen schießt dann kriegt er erstmal hier die worte folgt wenn er mir die reifen platz schießt dann kriechen einfach ja meine geile karriere leute geht nicht was geht nicht kann ich die man kann ich die das ist die reifen zu schießen in einer mission panos ja in einer mission habe ich noch gesagt bin mein mikrofon oder was ne das wahrscheinlich die verbindung ok what the fuck alter ab hier ja müssen wir jetzt zwei autos zurückholen ich hoffe unsere freunde hier checken da wir uns aufteilen ich und panos werden ist ein keine karriere holen und die anderen beiden werden irgendeine andere karriere holen wenn das die mission ist die ich mit gamma schon gespielt habe also meinen anderen account dann ist die voll böde bei autos klauen ja ne es geht sich ja nicht um die autos klauen es geht sich darum dass die voll öde ist weil es schwer ist die auto zu klauen ähm kannst du markieren damit ich weiß wo ich die ganze zeit ja lass irgendwo in der nähe von den autos erstmal hingehen und dann suchen wir die alle fahr einfach auf der autobahn das war meine geile kiste da ja es ist er könnte man das mal sein lassen mit das ständige markieren panos bei uns die hier die ist näher alter eine mission mit panos das geht gar nicht alter ich breche gleich das let's play aus der macht immer immer irgendeinen scheiß nicht wahr alles gerade ja ja wir stellen der aber eine falle ok wenn du einmal auf denen drauf schießt oder die mit der karre antatsch dann rennen die um sein leben leute ist einfach nur den weg entlang ja im schnee ist ein bisschen rutschig und mit einem muskelkar sowieso ja maskelkar ist ok maskel ich bin ein schmatzen weil ich kaugummi esse also schnauze ok warte ich ja aktualisiert weg nein nein ich weiß schon was wir machen einfach quer durch ok sie kann da nicht durch wir blocken die jetzt hier ab aussteigen 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 ok der ist weitergezogen ich würde mal sagen es gibt gas schaffst du den schaffst du das den abzuschießen vom auto aus gas werfen keiner probieren ja gas werfen boah alter was machst du ich glaub der hat das bemerkt dass wir seine karre haben wollen ein so richtig nahe landern ist das schießen also mir wärs lieber wenn du dem die rüber weg schießt nicht schießen ne noch nicht jetzt jetzt schießen abschießen abschießen ab ich versuche den weg abzusperren der war ein anderes alter jetzt geht mir auch noch die polizei auf den sack mach jetzt hinterher hast du den ja von einem muskelkar zum nächsten das war jetzt nicht besonders klug alter toll jetzt werde ich noch von polizei verfolgt ja muss das mit die scheibe einschlagen dann muss das schießen hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn ok dann bist du auch verfolgt ja natürlich ich muss hier weg ich werde hier fast getötet hau ab ich bin direkt hinter dir ich werde dann irgendwo anders hingehen damit du nicht weiter verfolgt wirst du nicht weiter verfolgt wirst Alter komm jetzt sichtbar hier weg wir haben noch einen Hubschrauber warum wir haben nur zwei sterne ich denke wurde es getötet wir haben den es leute im schnee zu fahren ist einfach nur zu scheiße wir fahren zum der ist custom nach die straße entlang anderen weg das problem ist wirst du noch verfolgt äh soweit es brauchen keine neue also ich hoffe dass ich in Werkstatt reinkommen und parkiere das auto um da gespawnt ist ich werde jetzt einfach dem heli entkommen hast du drei sterne ja aber gleich nicht mehr und wir auch noch eine neue karre besorgen das geht gar nicht hier hast du den ersten wagen schon abgeliefert hat die cops losgeworden glaube ich gehe noch kurz das auto reparieren oder ja bevor der zerstört wird okay cops bin ich los ich bin so ich komme jetzt zu dir so ein auto wurde abgeliefert jetzt fehlen nur noch wir ja warte ich noch das auto umlackiert als wir wieder Polizisten sehen damit die uns nicht mehr auf den Sack gehen Mann ey das darf nicht wahr sein ich bin runtergefallen im Wasser wie geil hoffentlich komm ich doch Santos Custom hat gespawnt wie es aussieht kann man die nicht ne von den Missionen nicht Alter das ist aber jetzt hier irgendwie blöd ich komme hier nicht vom Wasser raus du hast nicht zuvor eine Leiter komm jetzt hinne mach hinne ja ich komm ey ich bin ne nicht du ich bin nackig und falle im eiskalte Wasser rein habe ich keine Waffen Alter bleib ich den hier ah was geht hier vor die Parlament Polizisten denkt er der kann mir entwichen ey hast abgeliefert ja ja oh geil ja ich habe jetzt leider nicht sehr viel hier mitbekommen ich war beschäftigt mit nackig schwimmen boah er schüttelt mir die Hand boah ich bin ja Profi ja du bist ein Profi du bist ein Profi natürlich hauptsache ich habe zwei Kills und ich habe 2000 bekommen das ist natürlich geil Mission war nice und ja fortfahren ja freier Modus mach mir freier Modus ja na klar wofür spawn ich wieder in getrennte Lobbys wäre ich nein 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 das kann nicht passieren ja ähm wir holen jetzt noch hier machen Überfall auf laden und dann hauen wir ab machen wir nächsten Let's Play Karre geh zur Geldautomaten wollen wir nicht wo bist du am Arsch der Welt ah wir sind zu zweit sogar welch ein Wunder zu zweit wo bist du eigentlich ein Wunder wenn da wo die Autos abgeliefert haben ähm ja ich versuch zu dir zu kommen alter die Karre rutscht mir viel zu sehr hier auf Schnee ja ähm wo treffen wir uns ja ich komme erstmal ein bisschen zu dir äh aber gibt es da irgendeinen Laden den wir überfallen können ja kratzchen nenne kaufgeld 5.000 willst du es haben was hab ein kaufgeld von 5.000 willst du es haben aber klar doch ich bin pleite kann mir keine vernünftige Karre leisten die auf Schnee auch ne was ich als Weihnachtsgeschenk schenke was ich hab ne Idee was ich dir demnächst als Weihnachtsgeschenk schenke ja was denn will ich dir noch nicht also wo gehst du da alter ich mach Wegpunkt geh zu ihm und wo geht der hin er geht einfach weiter wo bist du da warte da jetzt aber ne ja wir überfallen jetzt den Laden dann beenden wir auch schon den Let's Play und starten den nächsten wer weiß vielleicht spawnt ja auch schon dann der Alex zu uns spawnt dann der Alex ja weiß ich nicht vielleicht wer weiß das kann man nicht wissen den Laden habe ich zwar schon gemacht aber mein Hauptsache Kuchen ist das mein Weihnachtsgeschenk nein ähm du hast Kopfgeld hast du gesagt gib es mir ne du hast kein Kopfgeld alter völlig warte es ist dein Onkel Simeon ich weiß wir sind nicht wirklich verwandt blablabla ja warte mal Simon so warte mal Simon so warte mal Simon ah du bist größer wie ich natürlich bin ich größer wie du schenkst du schenk mir Simon gerade einen Wagen ja ich glaub den LNG schenkt er dir und wo hol ich ihn ab bei Legendary Motorsports wenn du ein Apartment hast also da halt ne Garage hast du jetzt wir nehmen hast du Kopfgeld ja oder nein ja habe ich vorhin bekommen angezeigt also bei mir wird mir mir wird nicht angezeigt dass du Kopfgeld hast na gut wir fahren wir erstmal in der Lage bin ich Fluchtfahrer? ja ne ne ich fahr komm gib mir die Kohle raus du Lutscher komm mach hinne ok der schießt mich nicht ab also wenn das jetzt die Karre ist die du mir schenkst dann kannst du mich mal hey wer war das denn? ach was Polizei vor uns nochmal Polizei vor uns alter der bremst dich von 300 Metern ach wer ist ein Klingchen hier? zu los an das Kostum? alter die wichster schießen um das mal für den Reifen ab ja ich würd so los custom wenn er nach uns gefahndet wird komm hier what the fuck hier dürften wir uns nicht finden sie ganz bestimmt nicht hier oder? ich habe aber mal sicherheitshalber hier ab ja ernsterweise jetzt Reifen abgeschossen ok ich bin los und du? nein noch nicht warte ich werde mal ein Auto fangen so alter ich habe wieder zwei Sterne bekommen fuck ha 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 ah Panos Güssi ist gestorben fuck und ich bin nicht gerne los hör mal zu dir und sag dir mal hallo hehehe ja ich bin hier in Los Santos Kostum aber was wolltest du hier? eigentlich die loswerden also reinfahren loswerden dann haben die uns dann Reifen also ja leute die Aufnahme ist wieder 17 fast 18 Minuten lang ähm ja ich grüße schon mal hier ich sehe einfach nur scharf aus und ja bis zur nächsten Folge Leute wirst du auch mal grüßen du unverschämtes Wiest achso ja tschüss Leute haha haha Vielen Dank.